Guten Tag, ich zeige Ihnen jetzt in Teil 1, wie unser Newsletter für Ihre Lucid-Website aufgebaut ist. Nummer 1, wir haben einen Menüpunkt, der heißt Newsletter, der ist irgendwo in Ihre Seite eingebaut. Wenn Besucher auf Ihre Seite kommen und dort diese Seite sehen, können Sie sich hier an dieser Stelle mit einem entsprechenden Newsletter zusenden lassen. Und hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Newsletter anzubieten. Es gibt einen für aktuelle Infos, es könnte einen über neue Produkte geben. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene, mehrere Newsletter anzubieten. Das macht man hier über den Menüpunkt Mehr Newsletter. Das hier ist die Newsletter-Verwaltung. Ich klicke da drauf, wir kommen auf diese Seite und sehen die aktuellen Informationen. Das ist der aktuell angebotene Newsletter, den man hier verändern kann. Das zeige ich Ihnen später. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, wie man einen neuen Newsletter einrichten kann. Das wäre jetzt ein neuer Newsletter. Ich gehe auf Speichern und zurück. Und jetzt kann ein Abonnent beide oder zwei oder nur einen Newsletter abonnieren. So können Sie verschiedene Newsletter anlegen. Wahrscheinlich genügt Ihnen auch nur ein Newsletter. Und dabei bleiben wir auch und löschen diesen Newsletter. Das mal als grundsätzliche Basis für die Newsletter und die Möglichkeit, weitere unterschiedliche Newsletter zu definieren und einzurichten.